Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play LFS mit mir im GMP und da haben wir noch einen Gast heute und zwar den Online HD Hallo Ja da habt ihr ihn gehört, ja schon Hallo gesagt Wir fahren einfach mal, yay Was ist mit meiner Maus? Okay, jetzt und Ich werde das hier starten, so Ähm, ja, genau, das wird jetzt das erste, ich nenne es mal richtige Let's Play Ähm, also die erste Folge, die war ja vor zwei Wochen geschnitten und so, das wisst ihr jetzt schon Und die Folge von Donners, oder Freitag, ähm, also Freitag, ähm, die, äh, hat ja auch noch so ein Mini-Special Das ist jetzt auch nochmal ein bisschen anders, aber jetzt ist es eher normal Ja, wir sind nämlich hier gerade auf meinem Team-Speak-Server, in dem Aufnahme-Channel, gell? Jo Ja, genau Und, naja, mein Stimmel, ich bin gerade ein bisschen verschnupft Aber, was soll's, yay Ähm, ja Unsere FPS sind heute mal echt geilo Also, Entschuldigung, dass ich gerade jemand imitiert hab Sind heute echt cool Unsere FPS-Anzahl Oh, das gefällt mir, yay Und ich hab schon wieder keine neue Map gefunden Ja, ja, online hatte ich auf, ähm, VIP auf unserem TS Und, ähm, ihr könnt ja einfach beantragen Einfach mir fragen, ob ihr VIP bekommt Vielleicht nicht so, äh, bekomm ich Teams, äh, bekomm ich VIP Nicht so, natürlich, ich mein natürlich Ey, Gameplay, bekomm ich VIP, bitte Und nicht so in der Richtung Ich kenn ihn zwar von der Schule, deshalb, ähm, hab ich ihn jetzt einfach VIP gegeben Aber, was soll's Du redest ja sehr wenig Ja, wenn du meinst Ja, du redest gerade sehr viel Schon Ja, ich hab's gemerkt Und wir haben die blaue Flagge, was auch immer das heißt Ach ja Wow Da hackt da noch Junge Ähm Ist ja schon wieder drei Minuten vergangen Ähm, von was können wir denn reden? Äh, keine Ahnung, warte mal Erklär mal, wie das, ähm, Spiel geht Weil ich hab keine Ahnung, was du gerade spielst Und wie das geht Ralf Ah, das Spiel heißt Live for Speed Wir sind jetzt schon bei der dritten Folge Oh Ja, ähm Ja, ganz neuer, komischer Mensch, gell Ja, es ist sowas, ähm, wie Need for Speed Nur, ähm, halt ein bisschen einfach gemacht Und du musst keine Rennen fahren Ah, okay Das ist so, so wie, äh, was weiß ich Hm, wie soll ich sagen Und jetzt beschleunigen wir mal auf Gehen wir mal in den dritten Genau, wir fahren mit dem fünften Gang an Bringt zwar nicht viel, aber was soll's Ähm Entschuldigung, meine Stimme ist gerade ein bisschen Ja Ja Lol Lol Ich hatte kurz ein FPS Nur kurz Für eine Sekunde mal ein FPS So richtig, so richtig Wow Oh, 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 oh Ja, kommt davon, wenn man auf den zweiten Bildschirm schaut Yay Und mir ist kalt Warum ist es Wirklich Mir ist es in jeder Also in der ersten zwei Ich hab in der zweiten Aufnahme Was mir kalt Und ich hab's Fenster zugemacht Und die In dieser Aufnahme Schon wieder So Da bin ich schon wieder So Also So kann das nicht weitergehen Tut was gegen die Heizkosten Dann darf ich auch hier heizen Sonst verbietet's mein Vater Na Spaß Ja Oh, geile Kurve Oh, 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 oh Ich evakuier Ich evakuier schon wieder Ja, ja Evakuier immer Aha Ja Hallo Er hat grad eigentlich keine Ahnung Was ich hier spiel Nur so Nebenbei Und da will schon einer überholen Ich hab auch schon gesehen Auf dem zweiten Bildschirm Was ist das für ein Penner Nur wenn ich irgendwie so aussetze Dann wisst ihr, dass ich am zweiten Bildschirm bin Und was ist Oh Zweile Bildschirm Jo Wollst du mal sagen läuft Ja Willst du eigentlich sonst noch irgendwie was sagen Vielleicht Wie was sagen Ja, ich bin doch online HD Und ich will jetzt sagen Und ja Ich würde nur sagen Ich sag jetzt was Hallo Ja, was willst Ja, er hat hallo gesagt Ja Habt ihr wohl schon gehört Ja, ja So, dann fahren wir mal in der Zuschaueransicht Mal gucken, ob das wohl funktioniert Ui, ui, ui Bum, bum Okay Kleines Kind Bum, bum, bum Piu, piu So Dann fahren wir Wow Ich seh grad eigentlich so gut wie gar nichts Ihr seht ja wie ich in dieser Ansicht fahren kann Lol, ich bin grad richtig an dem vorbei gezischt Naja Ähm Naja Sag doch mal was Ja, hallo Guten Tag Was, was, was Gescheites Ja Ich bin zu gescheit, um was Gescheites zu sagen So Ja, wir sind hier Hier auf dem Ohr Warte, 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 bei euch So Und ich bin einfach Guck, es gibt nur diese Strecken hier Ach ja Das wollte ich noch sagen Ähm Ich mach jetzt auch die Fachschule Jaja So Wir machen jetzt mal die Fachschule durch Oh, ganz spontan So Was müssen wir denn machen Ich glaub, wir fahren einfach mal Das Auto kennt ihr ja Oh, leckt das, leckt das, leckt das, leckt Ähm Diese Animation nach links schauen Direkt übelst Ach ja, ich hab die Fachschule schon mal probiert So ein bisschen Deshalb Warte jetzt Warte jetzt schon Ähm Da stand jetzt Ass Halt Wir müssen ja die Linie entlang fahren Das hab ich schon getestet Jaja Ähm Ja Ich weiß, ich weiß nicht Vielleicht hab ich grad meinen Vater gehört Hm, also ich hab ihn nicht gehört Okay, ja, dann hat der nicht gehört Sag mal ruhig Hi, hörst du, hast du jetzt gehört? Ja Ja Und schon wieder Okay, ähm Ja Ähm Ich war jetzt ein bisschen blöd Wartet mal, ich muss kurz was machen Ja, hier seht ihr jetzt kurz Mikrofon Muted Oh Mikrofon Activated Oh Apropos, ich spiel grad Minecraft auf Kid PvP Äh Oh, Schleichwerbung Jo Dann machen wir jetzt mal hier weiter Ähm Meine Aufgabe Beblickt den XF GTI Waschenauto So schnell wie möglich Hier rum Lern eben wie schnell man fahrt Startet Und richtig schaltet Schalte hoch Und dann bla 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 Start So, bei grün Dürfen wir wahrscheinlich fahren Uh So Okay Herzlichen Glückwunsch Du bist für die Selektion als Du bist, du hast die Selektion bestanden Du bist für die Selektion als Profi eingestuft worden So Aufgabe Beschleunig bist auf über 100 Gramm Und halte diese Geschwindigkeit Bremse direkt in der Markierung Und kommst so schnell wie möglich zum Stehen Um die Räder zu blockieren Okay Ähm Willst du was reden? Okay Äh Was soll ich reden? Ich bin da kein Kein so ein Redetyp Also Ja Deshalb hab ich dich ja jetzt hier in die Aufnahme geholt Ja Zum Reden Als Anti-Redetyp Ja, genau Du hast die Lektion beendet Aber Du hast zu früh gebremst Und warst nicht schnell genug Okay Äh Es gibt nur die Nochmal Okay Dann nochmal Drei Zwei Eins Oh Ich hab Strafzeit 30 Sekunden Wow Aber das ist schon richtig viel Okay, jetzt ist unser Motor ausgebremst Ähm Du hast die Lektion beendet Aber du hast zu früh Frühstatt gemacht Und du hast zu früh gebremst Oder warst du nicht schnell genug? Okay, ähm Wir kriegen das ja nicht hin Ich muss auch mal was sagen Also Ja Hallo Äh Ich bin immer noch auf dem Kitt-Pvp-Server Ja So ist das halt Das Leben Zocken, zocken Oh Okay, wir schauen uns mal an Was Zocken Ja Ja Sei mal grüß Wir haben wahrscheinlich hier was überfahren Wow So, hier haben wir eins überfahren Da auch nochmal Äh Okay, nochmal Wir haben noch drei Minuten 30 So, ähm Nicht überfahren Nicht überfahren Nicht überfahren Nicht überfahren Nicht überfahren Okay, ähm Dann machen wir einfach das hier mal Den Salom Oder wie hieß das Ding? So, ähm Wir sind kein Fahrschulmensch Mein Gott Schlecht Also ich Ihr aber Ihr Kommen Strafzeit Du bist den falschen Weg gefahren Was? Okay, lol Läuft? Ja, genau Läuft Ja, ja Dann spielen wir hier mal Ich weiß gar nicht wie lang wir jetzt schon Und warum heißt der eigentlich, ähm, auf dem Teams Weg Zerbi Warum heißt der so? Hm? Warum heißt der auf dem Teams Weg Zerbi? Was Zerbi? Ach so Ach so Ach so Keine Ahnung Okay Tolle Begründung Ich weiß So, jetzt haben wir doch in der Fahrschule gelernt zu blinken Und halt der war aber So, dann müssen wir mal nach rechts gucken Da jemand kommt Es kommt niemand So, dann müssen wir jetzt aufhören zu blinken Bestimmt dürfen wir hier nur 100 fahren Oh, habt ihr da das Schild gesehen? Wir dürfen unbegrenzt Auto fahren Und hier gilt es Hier gilt es auch keine Fahrschule Ja, ja Es läuft Ich hab das Schild auch gerade gesehen, gell? Ja, ja Na Ja Du bist der hier online HD nicht Ja, das stimmt Ja, genau Wir dürfen so fahren, wie wir wollen Naja Mit diesem Crash bedanke ich mich fürs Zuschauen Bleibt wie ihr seid Und Ciao 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 Ciao